In der neuesten Folge von Markus Lanz gab es eine hitzige Debatte zum Nahostkonflikt. Stark vertretene Positionen prallen aufeinander und trotzdem eskaliert die Situation nicht, weil es alle Beteiligten schaffen, durch rhetorische Strategien sich selbst sicher, trotz der Angriffe auch teilweise zu behaupten. In dem Video analysiere ich dir acht konkrete Tipps und Tricks, die du für deinen Alltag nutzen kannst, dass wenn unfaire Angriffe von der Seite in solchen Situationen, Diskussionen oder Ähnlichem kommen, dass du trotzdem in solchen Situationen dich schlagfertig behaupten kannst. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Wie finden Sie es, dass Erdogan jetzt zu Staatsbesuch kommt? Sollte man ihn empfangen nach dem, was er da so von sich gibt in den letzten Tagen und Wochen? Also ich finde es unerträglich, dass er von so einem Befreiungskampf spricht. Das geht natürlich nicht. Hast du die erste Technik schon gesehen? Also wir werden später noch zu fortgeschritteneren Techniken des Framings kommen. Das war jetzt relativ simpel und zwar hat sie erst mal gar nicht auf die Frage, die ihr gestellt wurde, geantwortet. Sie hat als erstes ihre Botschaft eingeschleust. Also direkt Bezug zu nehmen, kann dir rhetorischen Boden kosten. Warum? Weil Angriffe auch teilweise in Fragenformen kommen. Und wenn du dann darauf reinfällst, gleich antworten zu müssen, dann hat die andere Person schon den Punkt gemacht. Achte mal darauf, wie sie in der folgenden Szene eine Autorität für sich nutzt. Dass der israelische Verteidigungsminister direkt gesagt hat, das sind menschliche Tiere. Totalblockade, kein Wasser, keine Nahrung, gar nichts. Dass danach der Sprecher der Armee gesagt hat, uns geht es nicht um Genauigkeit, uns geht es um Zerstörung. Dass Benjamin Netanyahu selber gesagt hat, eine Ruine wollen wir aus Gaza machen. Wir wollen das zerstören. Das klärt es vielleicht im Alltag, dass jeder irgendwie eine Meinung zu allem hat. Und das natürlich auch ganz wichtig ist. Aber diese Autorität bröckelt sehr, sehr schnell. Deswegen, sehr gut, wie sie es hier macht, sie nutzt die geborgte Autorität durch Zitate. Also sie zitiert eine andere Person, die schon Autorität hat. Und wenn sie damit ihren Standpunkt untermauert, dann wirkt das einfach fundierter. Sie nutzt noch eine zweite geborgte Autorität. UN, Vereinten Nationen, WHO, Amnesty International, Human Rights Watch, Rotes Kreuz, you name it. Jeder sagt, das ist gefährlich, was da passiert. Internationales Völkerrecht wird gebrochen. Du kannst dir das denken, wenn sie jetzt einfach gesagt hat, also ich finde, dass es völkerrechtswidrig ist und wir schauen da nur zu. Dann hätte es natürlich niemals so eine starke Kraft gehabt, wie wenn sie hier diese geborgte Autorität durch die soziale Bewährtheit nutzt. Also indem du andere Stimmen, andere auch wichtige Meinungen letztendlich mit einbeziehst und sagst, hey, die sehen das auch so. Also zum Beispiel, ja, die besten Rhetoriker der Welt finden die Redefabrik super und haben die Redefabrik natürlich abonniert. Also dann nutzt du quasi die Autorität auch für dich. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, deinen eigenen Standpunkt einzubringen. Gehen wir mal hier zur nächsten Person. Ich muss ehrlich sagen, das muss man mir einfach glauben, mir zerreißt es bei jedem Toten, egal welcher Religion, zerreißt es wirklich das Herz. Du merkst, die rhetorischen Strategien von den beiden sind komplett unterschiedlich. Sie schafft es durch diese Sachlage und diese Fakten tatsächlich Standpunkte selbstsicher zu vertreten, während er viel persönlicher durch diese emotionale Betroffenheit nochmal unterstreicht, was er gesagt hat. Du solltest am Ende des Tages beide Strategien gut können, auch die der folgenden Teilnehmenden in der Runde. Was mir gut gefällt ist, dass alle in der Runde, trotz dessen, dass es so ein schwieriges Thema ist, erstens selbstsicher ihre Standpunkte nach vorne bringen und gut kommunizieren und zweitens allerdings unterschiedliche Standpunkte auch empathisch anhören können. Nur so entsteht durch eine gute, gelebte Debattenkultur mehr Verständnis. Das ist auch unsere Vision bei der Redefabrik, Verbundenheit bei den Menschen durch persönliches Wachstum auch herzubringen. Und wenn du sagst, hey, das klingt nach was, was mich auch interessiert, ich möchte auch persönlich wachsen und mich besser mit Menschen verbinden, indem ich selbstsicher meine Standpunkte kommunizieren und gleichzeitig aber empathisch mit anderen Menschen sein kann, dann lade ich dich ganz herzlich ein, wir haben in zweieinhalb Wochen in Frankfurt am Main unser nächstes öffentliches Seminar. Komm super gerne vorbei, wir werden zwei Tage lang wirklich super Mehrwert teilen zum Thema Kommunikation, Psychologie und Charisma. Und vor allem wirst du in die Anwendung, in die Übung kommen und mit vielen Gleichgesinnten, die sich halt auch genau mit den Themen beschäftigen, die hier auch gerade dieses Video vielleicht schauen, ja dann gemeinsam lernen und gemeinsam wachsen. Ich würde mich super freuen, dich persönlich in Frankfurt zu unterstützen. Link ist www.redefabrik.de-seminar. Und ich halte das gerade als Friedensaktivist für falsch und gefährlich, weil Frieden und Lösungen gibt es nur mit beiden Seiten. Wenn du dir Redefabrik schon länger folgst, dann weißt du natürlich, was er hier gemacht hat. Zum einen nutzt er eine sehr anschauliche Metapher, das ist ein Beispiel, da können wir uns alle reindenken. Und zweitens, danach bringt er aber eine klare Kernaussage, dass die Lösung eben nicht nur auf einer Seite zu finden ist. Du solltest, wenn du selbst sicher argumentieren willst, deine Kernaussagen klar haben und gleichzeitig aber auch Metaphern und so weiter nutzen, um es halt anschaulich zu machen. Achte mal darauf, wie in der folgenden Szene Framing verwendet. Genau, gleichzeitig wurde vor kurzem auch von Selbstverteidigung gesprochen und um Ihnen ehrlich zu sein, das, was seit dem 7. Oktober in Gaza geschieht, das ist keine Selbstverteidigung. Das ist eine kollektive Bestrafung. Rhetorisch enorm stark gemacht. Er greift dieses erste Label auf, ja, Selbstverteidigung und relabelt es dann. Also, finde quasi ein neues Schlagwort, mit dem das Ganze in einem neuen Licht gesehen wird und zwar kulturelle Vergeltung, ja, und das ist halt was anderes als Selbstverteidigung. Das sind Techniken, die schon etwas fortgeschritten sind und du merkst, dass trotzdessen seine Rhetorik aufgrund der sprachlichen Barrieren nicht so exzellent ist, die psychologische Wirkung trotzdem enorm stark ist. Das ist der Unterschied zwischen Charisma, was auch noch die Psychologie mit betrifft und, ich sag mal, nur sprachlicher Rhetorik. Da nutzt er auch noch was weiteres. Babys, Säuglinge sterben, weil kein Strom an Krankenhäusern gibt. Operationen werden ohne Betäubung mit Handylichter durchgeführt. Da merkst du, sowas fährt richtig rein. Also, anstatt hier so abstrakt zu sagen, ja, viele Unschuldige sterben und die Situation in den Krankenhäusern ist schwer, ja, nutzt er ganz klare Bilder, um das Gesagte nochmal zu unterstreichen. Bevor wir zur letzten Kandidatin oder Teilnehmenden kommen, die auch wirklich sehr stark ist, nochmal ein wirklich guter rhetorischer Einschub von Lanz. Wenn Sie sagen, das ist eine Entmenschlichung, die da stattfindet, die hat am 7. Oktober begonnen, diese Entmenschlichung. Aus welcher Hölle musst du kommen? Hier greift er diesen Frame der Entmenschlichung auf und deutet ihn aber um und sagt, ja, hier war diese Entmenschlichung auch schon. Was ähnliches, aber doch etwas anderes macht die letzte Teilnehmerin. Und dazu sagen, ähnlich wie es Guterres gesagt hat, das ist nicht im Vakuum entstanden. Ja, dann können wir das aber auch umdrehen. Auch das andere ist nicht im Vakuum entstanden, wie die Antwort gerade bezüglich der Hamas. Also, sie greift den Frame auf, genau wie Lanz es gemacht hat, und weitet ihn dann allerdings aus. Also, Frame ausweiten, neue Frames einführen durch Labels, Frames umdeuten und so weiter. Das sind Dinge, die solltest du in Gesprächen so ad hoc können. Das Wichtige ist aber, wie vorhin schon gesagt, dass du generell es schaffst, sowohl selbstsicher deinen Standpunkt in solchen schwierigen Situationen einbringen zu können und gleichzeitig empathisch verschiedene Standpunkte auch sehen zu können. Nur das führt am Ende des Tages zu mehr Verständnis und das hat dann aber auch mit innerer Stärke und Charisma zu tun. Und wenn du, wie gesagt, da unterstützt werden willst, redefabrik.de-seminar, kannst du dir noch ein Ticket sichern. Ich würde mich super freuen, dich dort zu sehen, dich zu unterstützen, wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.